Ich lerne Deutsch. Nummer 9093 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Wir reden nicht nur über ernste Themen. Einhörner sind freundliche Wesen, die in Märchen und Geschichten vorkommen. Wir haben kaum noch Bargeld. Fast alle Kunden zahlen mit Kreditkarte. Wir haben kaum noch Bargeld. Fast alle Kunden zahlen mit Kreditkarte. Wir haben kaum noch Bargeld. Fast alle Kunden zahlen mit Kreditkarte. Finn ist als einziger noch im Büro. Er hat noch ein paar wichtige Dinge zu erledigen. Finn ist als einziger noch im Büro. Er hat noch ein paar wichtige Dinge zu erledigen. Die Organisation einer Demonstration ist eine wichtige Form des zivilen Ungehorsams. Die Organisation einer Demonstration ist eine wichtige Form des zivilen Ungehorsams. Frauen bringen neue Ideen und Perspektiven in die Grafikbranche ein und tragen dazu bei, diese vielfältiger und integrativer zu gestalten. Frauen bringen neue Ideen und Perspektiven in die Grafikbranche ein und tragen dazu bei, diese vielfältiger und integrativer zu gestalten. Ich habe einen detaillierten Plan für dieses Bauvorhaben. Ich habe einen detaillierten Plan für dieses Bauvorhaben. Ich habe einen detaillierten Plan für dieses Bauvorhaben. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Dann, das ist ein Aspekte. Untertitelung des ZDF, 2020